Er ist auch schon ziemlich alt, viel älter, das ist nämlich ungefähr so 200 Jahre alt. Den Text schrieb Goethe und das blieb von den Marmottenbuchen. Die Marmottenbuchen, das waren Kinder, die auf den Zweiter Alpen, wenn die Not dort am größten war, über die Algen geschickt wurden nach Deutschland und dort auf die Anerzten aufs Faden. Und sie hatten, das war das Besondere, die kassierte Murmetiere dabei. Und das hat wahrscheinlich Goethe so fasziniert, dass er ein Lied für sie geschrieben hat und ihn ein kleines Deckmal gesetzt hat. Ja und was noch zu sagen, Beethoven hat später dann noch ein Lied gespielt und das steht so. Musik 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 Abenken Sie, Abenke la, Abenke la mamante. Abenken Sie, Abenke la, Abenke la mamante. Aveckel Siem, aveckel La, aveckel La, Mamorten.